Früher warst du hier und ich konnte dich alles fragen. Und auch wenn du nicht alles wusstest, hast du mir immer irgendetwas erzählt. Mama, was ist mit April? Deine Schwester hat Magersucht. Was bedeutet das? Mama ist furchtbar sauer auf mich. Sie hat gesagt, dass ich mit Absicht krank geworden sei. Du wirst keine Briefe an Phoebe schreiben. Phoebe ist zu klein dafür. Ich mag den Sturm in mir. Das sind nämlich meine Gefühle. Aber ich schreibe und schreibe und bekomme nie einen Brief zurück. Wo ist April? Du hast nie ein falsches Wort zu mir gesagt. Du hast ein schönes Leben verdient. Ich hasse meinen Anbesuch und stehe im dritten Stand auch. Ich will zu April! Ich liebe dich Phoebe. Winter, Wasser, tief. Even wenn du nicht zu välchen. Zwischen Normal grade ich fast, eh? Der答he ist ein wirklich Briefe. Ich habe dich abschmade.